Okay, ich werde jetzt noch zwei Parts machen. Zwei Parts auf 15 Minuten. Das mache ich für euch. Wie ich die anderen Parts hier zusammenschnibbel, das weiß ich noch gar nicht. Oh. Feuerwehr. Was ist das denn? Ich habe mich für einen dieser. Ach so, das ist gut. Ich glaube, die werden angegriffen. Ah, so. Oh, der schießt echt mit dem Ballisten. Das erinnert mich an ein anderes Spiel. Ein Spiel, das für ein Spiel ist. Und was man eigentlich auch LP'n könnte. Es ist alt, das Spiel, aber in seiner Zeit auf jeden Fall nicht schlecht. Das Spiel nennt sich Enslave. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein weiteres Spiel des LP, was man machen könnte. Weil dort hat man sehr viele Möglichkeiten. Und man hat viele verschiedene Charaktere, die man ausbauen kann, die man ausspielen kann. Anheben. Top Schuss. Top Schuss. Das wird uns eine Taktik für die Verteidigung geben. Das ist eine Taktik. Das ist eine Taktik für uns. Das ist eine Taktik für uns. Das ist eine Taktik für uns. Ich werde einen in einem Bunkett schrauben. Das ist eine Taktik für uns. 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 Wir fahren direkt vor der Taktik. Das ist eine Taktik für uns. Oh, das ist immer so, dass ich die Karte da bin und das Däckchen bin. Schnellig. Ah! Okay, jetzt komme ich hier. Man! Ach so! Oh, das ist doch nicht so gut. Oh, das ist doch nicht so gut. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Was ist das? Ich muss die Sachen einsammeln. Überhaupt nicht verblühtel. Blut, 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 blut. Keinlich. Wir suchen den Herrn Mayor. Ist er nahe? Er? Er hat nie in diesem Teil der Stadt gelegt. Er hat nicht in der Stadt gelegt. Er hat in der Stadt gelegt. In seinem Haus, würde ich sagen. Und welcher Weg ist die Stadt gelegt? Auf die Straße, durch die Älterkunft. Beide auf. Von dem, was ich gehört habe, hat die Stadt gelegt. Keine Angst. Wir haben das. Nein, nicht. Ich muss zu. Zurück, 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 zurück. Ja, zurück zu zum Center of Dyfed. So. Hilfe! Nein, 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 nein. Da unten? Ich muss nahe da unten? Habt ihr das auch gesehen, liebe Kinder? Hui, dass er schön fisch brechen ist. So, jetzt geht's ab und runter. Äh. Wie komme ich denn dann dahin? Sehr. Mysteriös. Dahin würde ich gerne. Oho. Ach, dass ich hier nicht runtersprinke. Oh, ich mag solche Spiele nicht, wo das... Ich mein, das Spiel ist ja auch so strikt wie näher. Oh, die... Hm. Hm, hm. Hm. Irgendwie muss man doch da durchkommen. Nee, da nicht. Hier auch nicht. Ich würde da aber gern hin, weil das sieht so schön vielversprechend aus. Warte, warum? Oh, ist das... Anscheinend? Warte, was für dich, Madda. Nee, anscheinend nicht. Ah, schade. Ah, die sollte man nicht vergessen, die kleinen... ...Kristellchen. Vielleicht kann ich das damit ja ausschießen. Zieh mal den Kopf rein. Das ist der Punkt, aber die bringen so ein bisschen... ...ps. ... 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 So, anscheinend sei es mir nicht gegönnt. Ich muss einen Schlüssel finden, um die Tür zu öffnen. Oder ich muss Fernkampf benutzen. Na? Aha. Das ergibt natürlich Sinn. Und Geld. Außer Geld. Und? Okay. Ich bin okay. Mit dem. Und ich bin aber nicht öfter. Ja, ja, ja. Wie ich dieses Steuerungssystem vom Laufen eigentlich auch überhaupt nicht mag. Es ist, glaube ich, so das erste Mal reingekommen, so mit Gears of War, oder? Und den ganzen Deckungssystem ebenfalls auch. Ja, Ladies first. Falls es eine Falle ist, damit die Frau direkt auch als erstes verrecken kann. Nein. Nein, nein, nein. Ja, ja, und wo geht's weiter? Da geht's weiter. Hier ist Feuer. Kann die das? Ah, hier. Da müssen wir nach. Hatte ich ja so doch den richtigen Weg. Sie hat... Sie sind in der Mitte. Oh, ich glaube, du hast es zu tun. Ja, da geht's. Was ist das? Oh, du hast die Trifte. Die Stunten ist ein Das hat sich im Projekt in der T-A-A-S-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Ich finde es nicht so richtig Sie die Welt, die uns anreißen können. Wird so schön. Oh, ah, der hätte noch mal ein Potenzial verliegt, ja. Der war genau den Namen. Ich bin nicht der Magen. Ich bin nicht der Magen. Was soll ich über den Artikel? Der DAS Magen und DAS Magen. Das Magen, das Magen, das Magen. Ich bin nicht der DAS Magen. Ah, langsam. Das ist für die Hirsch. Ich bin aber Bock. Ich bin nicht der Magen. Oh, woher wieder was kommt? Ich bin nicht der Magen. Ich bin nicht der Magen. Ich bin nicht der Magen. Der Gegner war das. Zeigte! Oh, das ist jetzt nicht mehr so fein. So, was haben wir hier? Ich will doch den Kurschen! Sehr schnell! So, jetzt hat er auch wieder... ... die volle... Ach, da ist halt... ... die volle Wolzen und Seif für seine tolle Armwurst. Kann ich hier irgendwen machen? Nee, die kommen immer aus dem Nichts gespawnt. Ach, schade. Wie die Leute bei den Spielen anzutage... ... irgendwann haben wir einen Bachsäckert. Eigentlich schade. Wobei die Grafik... ... schon gut gemacht wird. Snipers! Wir sind zu verabschieden! Geh hinter was! Wir sind natürlich alles gut! Komm, 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 komm! Ah! Steh auf! Danke! Ja! So! Viel dazu! So, 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 so! Ich bin froh, wenn wir dieses triste... ...gebiet hier... ...beenden können. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ah, hier können wir uns nochmal upgraden, wenn wir... ...wir haben überhaupt keine... ...freien bekommen, meine ich, aber... ...ah... ...bisschen besser. Was haben wir denn noch? Na? Niau! Äh, wir haben noch zwei gefunden. Das ist schön, das ist schön... ...schön, schön, schön. Verbessern wir das mal. Gehen wir zu unseren neuen Freundinnen und verbessern das auch mal. Äh, ach, hier. So... Dann kann ich... ...bevor jetzt hier der nächste Kampf wieder ausbricht... ...was ja sehr bald natürlich wieder sein wird... ...mache ich hier diesen Cut von diesem Part... ...und dann kommt der nächste gleich dran.